Was werden unsere Kinder sagen? Sie werden klagen. Sie werden klagen und fragen, warum habt ihr nicht zugehört? Warum habt ihr nicht hingeschaut? Ihr wusstet doch, dass ihr unsere Welt zerstört. Ihr wusstet doch, dass ihr uns die Zukunft raubt. Mit eurem Lebensstil, eurer Gier nach zu viel. Was werden unsere Kinder sagen? Sie werden uns anklagen. Sie werden uns anklagen und die Wahrheit sagen. Wieso habt ihr nicht nachgedacht? Wieso habt ihr einfach weitergemacht? Ihr wusstet doch, dass es ungerecht war. Ihr wusstet doch, was das Mittelmeer war. Ein Massengrab, wo der, die andere, starb. Ihr habt es in der Zeitung gelesen. Ihr habt es im Fernsehen gesehen. Es war Thema beim Smalltalk, aber nur kurz. Kurzfristig waren eure Prioritäten, kurzsichtig eure Haltung, selbstgerecht euer Denken. Alle waren bereit zu verzichten auf das, was für sie verzichtbar war. Euch war nur euer Alltag heilig, die kurze Gegenwart. Und ihr habt nicht geglaubt, dass ihr eure Kinder dafür opfert. Was werden unsere Kinder sagen? Werden sie klagen? Werden sie klagen und die Wahrheit wagen? Oder werden sie Verständnis haben? Dafür, dass unser Mut zu klein und unsere Feigheit zu groß war. Dafür, dass wir selbst Gefangene waren in einem System, das uns davon abhielt, zu handeln. Können sie noch Ja zu uns sagen, obwohl wir die Verantwortung tragen? Was werden wir unseren Kindern sagen? Werden wir klagen? Werden wir die Wahrheit wagen? Danke. una Kirche bis zum 23 Tage 1977. Untertitelung des ZDF, 2020